Hallo, ich bin Chris, bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt und glaube seit drei Jahren. 2014 meldete mich meine Firma zu einem Firmenlauf an. Dort kam ich das erste Mal mit Laufen in Berührung. Danach meldete ich mich zu einem Halbmarathon an, eher unvorbereitet und dementsprechend kam ich auch ins Ziel. Ab diesem Zeitpunkt meldete ich mich bei lauftraining.com an und wollte strukturiert trainieren. Seitdem habe ich meine Halbmarathonzeit um mehr als 45 Minuten verbessert auf 1,43. Und für die Zukunft habe ich vor, meine Leistung weiter zu steigern und Spaß am Lauf zu haben. Bis zur Zeitpunkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.